Die Leute, die ganzen Fuggepacken sollen auch verheißen. Lassen Sie mich den Redner schützen. Soll ich hier mal die Aktive zu begrüßen. Darum, wo steht das letzte Team Orange. Die Dichtgräßung, so machen wir. Da ist der Hetz Deutsche Adler, ganz erfolgreich die letzten Jahrzehnte gewesen. Jetzt den Springer und Flinger Wohlstand. Grüß Gott, Dieter Thomas! Und wir unten sind auch bei der Aralex. Wir machen schon ein Schwing. So, Wettmeister. Wir kommen, Andi Gordacker. Und irgendwo auch nicht vergessen, wer ist auch da. Sven Erleit ist auf dem Stadion. Aber ich kann Andi Gordacker, wie geht's dir? Danke schön.